ja dann kann man immer einen platz reservieren im klicks ja aber ich habe verfehlt deswegen habe ich mich vorhin angegriffen muss man ja voll aufpassen ich habe gedacht ich schieße einfach überall hin und dann die flüge bisher die verflügel heute diese wahl und die flügel hochkopf nicht mehr schwarmen er irgendwie ich will ich bin mir in der ersten sagen aber gleich ob du dennoch kriegst ich habe nicht hinter mich jetzt gut 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 wohl sich neu in den gesichtung ist die füge ich habe jetzt zwölf Ja, gut. Ich renne jetzt mal hier auf das Schiff und schaue, ob ich da noch wen... So ein Geist finde, ja. Django! Jeder, der den Film noch nicht gesehen hat, anschauen. Oh ja. So, also die eine Köst ist fertig. Ja. Hier sind auch voll viele Vögel. Nein, du hast meinen abgeknallt. Was? Ich glaube schon, ja. Das sah zumindest so aus. Ich habe eigentlich runtergezogen. Stirb. So. Oh, da ist ja Downhill. Oh, ein Riesenei. Oh, Junge. Geil, ja. Oh, boi, oh, boi. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Ich habe heute übrigens im Big Bang Theory alle... Ich habe jetzt die Folgen alle gesehen. Achso, bis zum... Ja. Ich fand das Ende irgendwie komisch. Ja, die letzte Folge war komisch. Ja. Gestern meinst du, oder? Ja, gestern. Ja. How I Met Your Mother ist das Staffelfinale ganz cool. Okay. Oh, hier gibt es wieder geiles Scheiße. Das Problem halt bei der letzten Folge war, sie war nicht wirklich unbedingt schlecht, aber... Irgendwie so voll nichts sagen, so. Es gab halt deutlich bessere Folgen in der Staffel und im Staffelfinale war sie irgendwie nicht so berauschend. Ja. Ich glaube, Mausdauer offenbar. Dungeons & Dragons, ey. Seid gegrüßt. Behüter Mahabar. Geil. Ja. Behüter Mahabar. Oh yeah. Oh yeah. Das Fragezeichen ist immer noch da. So. Ah, jetzt sind die zwei Schwarzwaldspitzen mit drin. Ja. Aber man kann sie halt noch nicht gehen. Ja, ich glaube 56. Ja. Ja, da können wir auf jeden Fall noch reingehen. Ja. Dann kriegen wir eigentlich unseren nächsten Talentpunkt. 60? Ja. Okay. Jetzt ist er hinter zum Mahabar. Oh scheiße, ich laufe vollgefallen. Mahabar, ja genau. Ach ja. Ich bin verwirrt. Ach so hier. Ja. Ich hasse diese Türme, ey. Ja. Noch höher, ey. Toll. Und dafür sind wir sie hochgelaufen, den hätten sie nicht unten hinstellen können. Warum? Eine Quest, den gibst du ab, kriegst 1200 dp, kriegst du eine Quest und gehst wieder runter. Oh man. Oh man. Nein, ich kann auch runter, weil sie springen. Ja. Immer hin. Ah ja, dahinter irgendwo. Hm. Das ist ein sauberer Fokus. Oh yeah. Der Speer. Ja. Alter. Alter, der hat mir voll... Voll für Schaden gemacht, ey. Das ist so ein Typ, den wir töten müssen. Nein, wir sind runtergesprungen, deswegen haben wir sie für Schaden gekriegt. Alter. Toll, das ist ja hier. Soll, den zau doch ab. Okay, wir haben so viel Schaden gekriegt, weil wir da den Hügel runtergesprungen sind. Ja, aber irgendwas ist mit hergefunden. Da ist eine drin, ey. So ein... Sagt so aus, als hätte mich der Vollhard abknallt. Okay. Hat er mich voll angecharged. Toll, das ist voll hart... voll hart... Fumma. Ähm... Fustioniert, so irgendwas. Alter! Die jumpen voll hart rum. Mach mal. Die Meter morphosen voll, ey. Ja. Boah, jetzt bin ich voll ausgewichen, ey. Aber hier bei mir ist eine Kugel drin. Bei mir ist ein zwei drin. Ja. Dann ist bei dir noch eine. Ach so, ne. Ich hab den einen von drüben bekommen. Ja, richtig. Mann, das hab ich mich gefreut. Oh, ist auch eine. Sehr schön. Vier Stück lässt sich doch schon mal aushalten. Ja. Stimmt. Also hier bei mir ist schon mal keine drin. Bei mir schon. Oh, haha. Und ein Käse. Ja. Alter Rad-Loch-Käse, Mann. Warum hast du den nicht mitgenommen? Ja, bei mir war nur die Kugel drin. Ach so. Tja. Das war's nicht. Tja, das war's nicht. Tja, das war's nicht. Tja, das war's nicht. Tja. Tja. Ja, den hab ich natürlich schon abgegeben. Oh, die Komische Herz, die Herz ist Berg ist fest, können wir auch abbrechen eigentlich. Ja. Geben wir nicht mal hin. Tja, das ist ein Schlüssel im Inventur. Tja, meine... Ich denke schon, was ist das für ein Fragezeichen. Tja. Aber oben bei den drei kann man die nicht abgeben. Wo muss man die denn abgeben? Ich habe die da oben abgegeben, glaube ich. Hm, ich konnte die da nicht abgeben. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich den Typ übersehen. Hm, kann auch sein. Aber eigentlich habe ich doch, wie wir angekommen sind, haben wir doch gleich eine Quest abgegeben. Hm, ja eigentlich schon. Aber schnell. Wer weiß. Oh Gott, wer müssen wir denn jetzt finden? Oh, das hat doch auf. Sollte es gleich außerhalb. Ja. Ach, das ist da in der Höhle drin wahrscheinlich, oder? Ich glaube auch, ja. Im inneren Teil der Schlangenschlinge. Ja, könnte sein. Der K7 Scharim. Alchemie. Alchemie, ja. Hallo? Ich weiß auch noch, wo du bist. Der Troll hat mich angegriffen. Oh nein, ey. Ich komme mal zu dir hinter. Woher immer du bist. Ach, nein. Äh. Ach da. Jetzt habe ich ihn abgehängt. Ich bin aber voll langsam. Langsame Trolle. Stellt euch auf die Blutscheinchen der Worte in der Schlangschlein. Okay. Troll. 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 Wichtig. Troll. Ah ja. Jetzt hier Aschemehnensteak. Und... Und... Fjolen vom Blut. Ist das hier drin? Ne. Das ist jetzt außerhalb. Ja. Soll ich kann das Ding... Hallo? Hallo? Ah, jetzt. Du bist jetzt nicht würdig, ey. Naja. Du bist jetzt nicht würdig, ey. Ich glaub's was. Wenigstens ist das Zeug, wo wir looten müssen. Naja. Wir müssen beide. Komm, Junge. Äh. Ist ja gerade einfach so zum normalen Eber geworden. Ach so. War schon. Ja. War schon. Der sah von oben aus wie so'n Höllen-Eber. Oh Mann. Oh, hier ist was drin? Ja, wunderbar. Gut doch. Oh, jetzt hab ich. Oh, jetzt hab ich. Jetzt hast du mich gehealt. Ja. Das will ich natürlich nicht. Boah, noch was, ey. Ist voll unser Glückstag. Geht voll ab. Du bist voll viel tot. Ja. Das hier blöd. Da drüben ist eins. Na! Fick dich. Zwergmönch. Eigentlich dürften nur Pandas-Mönche sein, ey. Ja. Ha! Ich hab den komischen Hunter da geklaut. Oh ja. Ist der nicht einfach vorbei gelaufen? Ja, keine Ahnung. Der ist irgendwie erst aus dem Hunter losgelaufen und dann... Ja, weil der Hunter, äh, halt Aggro gezogen hat. Aber der wusste das, glaub ich, gar nicht. Ja. Dann eben nicht. Kommt vor der Eber angelaufen, ey. Das muss ich gleich packen, ey. Da schau ich, jetzt ist er ein Höllen-Eber. Ja, ja, stimmt. Die Hölle verwandeln sich voll hart. Ja. Also ist er doch zum normalen Eber geworden. Ist mir die was drin? Ja. Komm her, Hyäne. Ja, fein. Das geht voll ab jetzt, ey. Ich glaub die Hyänen und die, äh, komischen Basilisken tropen immer. Okay. Bloß die Schweine nicht. Was macht denn der Pförtner da hinten? Tja, den braucht man dann irgendwann, auch wenn man hier wirklich durchquestet. Achso. Ist voll cool, dass ich jetzt Süden im Laufen casten kann. Ja, man. So, da hinten kämpfen die Orks mit dem Eber. Ach, die haben was zu tun, ey. Alter, mein Schild war immer schön. Da. Nichts. Nichts. Alter. Piu. Und da hat er sich verwandelt. Da hinten ist wohl das warste Kapion. Ein Rare Mob. Klack der Hasher. Sie müssen mich killen, ey. Pull einfach alles. Los. Rein da. Die Z4 werde ich wohl gerade noch gegen heilen können. Oh, der ist so stark, ey. Der ist so cool einfach. Alter, 7000 EP, ey. Ohohoho. Ah. Ah, nicht schlecht. Ja, mit doppelten EP. Äh. Äh. Was macht die denn? Ich weiß nicht. Mach mal einfach beide Gier, oder? Ja. Was kann die jetzt? Ach, die da. Da kriegt man auch nur so eine komische Schatztruhe. Ach so. Bring die EP? Nee. Ohja. Oder? Nee. Nur eine marktbesetzte Truhe. Oh, ist doch cool. Kann bestimmt nötige Items drin sein. Vor allem für uns. 90er EP. Random Trupp. Wirklich? Nein. Das wäre voll hart. Hier ist so ein Ding drin bei dem Schwein. So ein... Donnergeschmiedetes Ding, oder so. Wäre schon geil. Hohohoho. Alter, da ist ein... Totenkopfviech. Vielleicht kommt noch mehr? Alter. Hä? Hilfe. Was ist die Verteidiger da, oder was? Ja. So, die haben bei mir ein Level von minus 1. Äh. Wackt mein Interface, oder was? Auch nicht schlecht, ja. Ja, weil da hinten die... die Stadt von den... von der Horde ist. Na. Da ist er. Ja. Das ist der eine Eber. Der Eber, hier. Der Eber, hier. Der Eber, der jetzt droppen wird. Ich pull mal hier ein bisschen was. Oh, der droppt nichts. Wunderbar. Aber hier sehe ich jetzt noch 2 Eber und 2 Basilisken in meinem Sichtfeld. Oh, yeah. Oh, ja. Oh, ja. Ich hab gesehen auch von, dass wir keine Basilisken mehr brauchen. Ja, eben. Das ist vielleicht das Problem, ey. Oh, Mann. Also die Hyänen sind auch da hinten irgendwo, glaube ich. Ja. Ich sehe aber da links ist ne Eber. Da kann ich auch noch Dinge, die eine Quest aufgeben. Ja. Ah, das sind sie ja. Ich hab hier mal so ne Eber gepullt. Pfff. Pfff.